ja nur gleich können ja gut geht ja noch jeder noch Geht doch noch. So. Es kommt irgendwie nicht mehr ganz so viel an. Aber wahrscheinlich daran, dass... Ja. Keine Ahne. Dann habe ich das letzte Mal die Eisenspielzake benutzen müssen. Gar nicht. Siehste? So geht doch. Haben wir jetzt eigentlich. Klops. So. Eine Faktorie. Ich glaube, dass wir vielleicht ähnlich wie die Skylands vielleicht 30, 40 Folgen gehen maximal. Und dann, ja. Keine Ahnung. Ich habe probieren über Studieren. Kleiner Stülermast. Wir brauchen noch mehr Kopferscheiße. Mann, ist schon einfacher. Waren wir hier? Nö. Sparen wir uns die Ressourcen einfach. Ja. Klops. So hier. Wenn man alt drückt, kann man sehen, was die Alten so treiben. Hier. Hier sieht man. Kupfer. Eisen. Und solche Geschichten. Schönen. 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 Ich hätte schon ein bisschen. Äh. Wissen wir. Immer dieses Autosave. Ja. Wie gesagt. Alle 5 Minuten wären mir lieber. Oder alle 10 Minuten Autosave. 17 Minuten. Ich bin froh sein, dass es nicht auf einer SSD geschrieben wird. Und auf einer normalen Festplatte. Die Schreiblast. Eine SSDs kann man ja nicht so häufig beschreiben, wie man fröhlich ist. Hallo, wo war das eigentlich nochmal mit diesen Hallo, hier, Strommast 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 So Klaps Wir reißen die maximale Länge des Kabel aus Wir haben hier diese gelbe Linie hier Zwischen den Strommasten Wo sind diese Strommasten? Ach, 5 waren wir noch Ich dachte schon, wo steht die Zahl Man, ich sehe die Linie nicht So, und theoretisch könnten wir Und das hier auch sparen Meine elektrischen Ja, jetzt hörte ich da Da sieht man es hier Und wo kommt das? Hier natürlich Hallo Elektrischen Output natürlich einstellen Ja, hat natürlich keinen Verbraucher Hallo Wir sind jetzt schon wieder Heizkessel Ach, Heizkessel Ach, ja, stimmt Jetzt fällt mir auch auf Ich habe mich schon gewundert Was hat das denn? Wir brauchen ja erstmal Wo haben wir das? Habe ich sogar schon Heizkessel Wann bin ich schlau Und ein Röhrchen Auch noch Und eine Mampfmaschine Äh, meine Mampfmaschine Dampfmaschine Mampfmaschine Kann man natürlich auch sagen So Ich werde dann den Verbraucher Angeschlipselt werden Und der Scheiße braucht auch Energie Wenn man hier guckt Gesundheit 200 von 200 Energieverbrauch 3,6 Megawatt Effizionsfünftige Prozent Und wir verschmutzen blablabla Temperatur 15 Grad Celsius Hm Was ist denn nun schon wieder los? So kenne ich dich aber gar nicht Spiel Was ist denn eigentlich los? Der keine Was sieht man denn? Hm Hm Klops, 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 klops So Keine Ahnung Was hier los ist Ist hier auch wirklich Ich mach das mal ein bisschen anders Hallo Ich muss mal gucken Ich muss mal gucken Ich muss mal gucken Ich muss mal gucken Ich weiß ja mal ein bisschen anders Ich muss mal gucken Das ist mal oder mal ein paar Strommasten zum meisten ist er jetzt soweit was ist denn eigentlich los Spiel dabei gebe ich mir so richtig großartig Mühe was ist denn eigentlich ja wir da Heizkessel Offshore was ist denn eigentlich Offshore Dampfmaschine Heizkessel Schmelzofen Hallo Mann Heizkessel Ist der Output falsch So Dein Verbraucher ist dann angeschlossen Was ist denn eigentlich nur das Problem Hat doch vorher funktioniert oder ist das ein Bug im Spiel so Öhm Mann ist doch schon angestöpselt Mann Scheiße Elektrische Mit der elektrischen Hat kein Stromteil Was ist denn eigentlich los Was ist denn los mit dem Spiel Muss ja schon ein bisschen weiter Die Effizienz ist ein bisschen zu gering Was ist denn eigentlich? Boah, Gott! Wie gesagt, ist Early Exeter. Gefeuert erstmal kurz und dann du... Pfff! Hallo. Und dann muss man schön so... Nööö. Computer sagt... Nööö. Das ist mir ne Scheiße. und und die große Klasse machen die Kopie einfach nicht dass er jeden Verbraucher dran ist weil sie hat man da sind Jörn Pimpchen was ein Pimpchen Dampfmaschine das sind Dampfmaschine im privaten Spielstand in privaten Spiele hat also wunderbar funktioniert Röhr und Nürnberg ich weigere mich die Funktion ja scheiße eigentlich ich bin an keinem Verbraucher angeschlossen ja sie tust du als ob du nicht irgendwo angestöpselt sei es oder muss ich das hier was ist denn hier oder hier keine Ahnung du bist doch an einem du bist ein Arschloch all das ja da krieg ich aber keinen Strom ja krieg ich ja keinen Strom ja krieg ich ja keinen Strom was ist denn das nirn für ne scheiße da wird kohle verbraten da krieg ich keinen Strom da krieg ich keinen Strom so jetzt hat er aber keinen Verbraucher da da muss ich privat mal noch mal ein bisschen rumprobieren so hab ich einfach nicht aus Langeweile gemacht Mann scheiß Spiel da kommt das Wasser hier rein da ja oh Schaupumpe da ich bin da scheiße so Mann wo wir das wo wir das weiß ich nicht keine Ahnung oh du musst ja das ganz direkt hier dran ja toll da produziert gar nichts ja elektrische Erstwörter da wollen wir das hier ich hab keinen Stil ich hab keinen Strom ich hab keinen Strom toll so klick's hier drauf Produktion würde gar nix Mann was finde ich schon was zum Arsch brauche ich denn eigentlich was zum Arsch brauche ich eigentlich damit das hier läuft Mann du brauchst Uran dafür und das Uran wurde nicht umsonst im Spiel rektal eingeführt oder immer so Schwefelsäure toll Kohle oder lauter sie mit Holz Kohle probieren lieber studieren ich probier mal so einfach mal aus ob das wirklich funktioniert keine Ahnung ich nehm das mal raus nö funktioniert auch nicht hallo ich bin eine Dampfmaschine und ich bin zu blöd zum scheißen nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö was da eigentlich los ist. Dann breche ich die Aufnahme für heute ab und setze ich sie dann, sobald ich es weiß, gleich am nächsten Tag fort. Dann muss ich erstmal improvisieren. Anstatt elektrischer. Aber also elektrik. Mal dann einfach so. Oder ist das bei mal ein... Schütztürmer? Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade wirklich gefragt. Es ging doch so gut, es ging immer so .... Entweder haben sie mit absichlich immer so hey tollolol tollol doe girikum da получim umm tollolol Hier Feetor fckt euch in den Arsch. Sogar ab das kohle Problem hätte man nicht lösen können immer schön her mit der scheiße verbraucht doch endlich mal was ich bin ein Kahn die Schlechtigkeit Effizienz Dingskirchen Ist doch an einen Verbraucher angeschlossen wenn ich das hier wegnehme denn hole die Maschine gleich wieder rum so Ich bin an keinem Verbraucher angeschlossen. Ich kriege keinen Saft mehr. Ich bin nicht angeschlossen. ich bin keinem Verbraucher angeschlossen ich bin hier an einem Elektrizitätswerk angeschlossen scheiß doch die Hölle an Mann ich bin immer auf Kohle angewiesen toll redenscheiße große klasse Mann was brauchen wir dafür toll befeuert ihr Erzscheiße so hallo dann geht es eben so weiter meine Damen und Herren Elektrizitätswerke sind ganze kranke Scheißer toll hab ich nichts zu tun das Spiel hasse ich und ich hasse es und es hasse mich und keine Ahnung das ging in der alten Version keine Ahnung welche Nummer das war hab ich nicht drauf geachtet so viel besser einfach hier an Kohle reinschmeißen ab in den Kessel damit und schon funktioniert der ganze Kack und kein Problem und dann wenn du das so und du ne 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 Wieviel brauchen wir für jeweils 10 Warten wir jetzt erstmal ab Klub klub Ja Automatisieren Vielleicht muss ich hier erstmal eine Technologie erforschen Automatisierung Ach stimmt Klub sielein Klub sielein und Bumm und Bäm Yeah So Vielleicht muss ich hier erstmal eine Technologie 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 erforschen Könnte auch sein Ja Ich lege die Höhre jetzt ein bisschen höher Hier konnte ich die einfach so Jetzt machen wir's anders Scheiße man Woh 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 Klapp, klapp. Ja. So. Yeah. Äh. So. Obwohl Technologie... Mich bin doch gar nicht erforschen. Was kümmert eine Dampfmaschine eine erforschte Technologie, wenn sie schon existiert? Ich zieh alles über die Rübe mit einer Eisenstange. Neonazi-Teleskop-Schlägstöcke. Und BAM! Mit den Ultralinken ist das genauso. Das ist genau ne gleiche Piss. So. Keine Ahnung. So. Wir legen euch schnell mal. Gehen. Ich lache vor Freude. Guck dir an. Siehste. Was braucht man dafür? Strom. Und Strom so. Nein. Nein. Scheine. 13. 13. Ich krieg einen Strom. Ich auch nicht, du Pisssack. Da muss ich jetzt mal werben. Wo ist ja der Fehler? Fühle nur den Fehler. Oder ist einfach so geringe Effizienz? Könnte ja auch sein. Boah, weg mit dem Scheiß. Muss ich ein bisschen anders. So. Was ist ja? Ist auch ein großer See. Wollen wir die Offshore-Scheiße? Hallo. Oh, schulde Pumpe. Wollen wir mal hier. Eisrohr. Heizkessel. Oha. Oha. Ich poliere gleich auch das Rohr. so um probierisch einmal man kann ja nie wissen ich bin an keine Verbraucher angeschlossen und was macht die scheiße die arbeit nicht ganz toll gemacht richtig scheiße toll das hier ist die klügste produktionsanlage der welt und sie weiß immer wenn ich hier was mache gibt es was zu meckern was ist das für ein Fick die Welt sich ausgedacht hat das hier ist die 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 Vielen Dank.